BÄM! Ne, nach oben will ich ja nicht. Noch nicht. Genau, da lang. Dann hier wieder runter. Dann sind wir wieder hier in dem Raum mit den Huren, die mich versuchen wollten umzubringen. Du zuerst nicht. Der andere war es aber. Dich behalte ich im Auge. Ab mit deinem Kopf. Also. Und der Rest kann auch ruhig ab. Yay, ein Thorsenfreund. So ein Nuclear Power war das, oder? Was kann die? Was? So, natürlich werde ich jetzt oben mit den Nachrichten hart. Angespammt. Das wär's. Manhood, alles klar. Hast du das? Die Computern kommen nicht echt nicht klar. Warte, ich hab mich gerade echt erschocken. Aber das ist natürlich nice. Der... Das ist der Wächter. Das heiligen... Power Armor. Wir zahlen ihm sein Respekt. Das ist der Wächter. So, jetzt zahlen wir natürlich viel zu viel. Hey. Das gibt's, Boss. Ich nehm sehr gerne die teuren Sachen. Alter, wie viele Kerne wir schon haben. Das ist der Wächter. Hm. Die Hände kommen nicht alleine. Und was ist das? Ja, ich weiß gar nicht. Du willst ja nicht alles nicht verstehen. Du musst den anbauen. Ich weiß nicht. Na. Du weißt. Ich weiß nicht. Geh nicht. Wir müssen in die Hände kommen. Ja. Nach, weißt du, was? Ich hab ja jetzt hier die markiert Weil ich sie jetzt gerade getragen hab Auf dich komm ich dann später wieder zurück Und zwar dann, wenn ich hier alles töten will Schatz, sieh mal Oder ich hol mir einfach Meine von zuhause So, da war ich noch nicht genau Und hier auch noch Nein Das wär's Ich schau mal übrigens kurz im Ah, ich kann nicht im Tab nach Schau, ich wollte nämlich nachschauen Oh, hier war mal Okay Wann ich jetzt eigentlich Ursprünglich angefangen habe Aufzunehmen Nice Damit ich ja nicht überschreite Aber ich Sag ich mal Ich sag einfach mal um 17 Uhr Jetzt muss ich nur mal schauen Wo zum Fick ich hin muss Um die Stromversorgung wieder in Gang zu bringen Oh, hier war ich noch nicht Ändert trotzdem nichts daran Dass ich hier Dass mich das hier nicht weiterbringt Lass mich hier dem Dude einen spanken Nee, warte Hä Ja doch, hier Und nach wo Nee Hä Alter Mir ist gerade so ziemlich das Herz in die Hose wieder gerutscht Okay So Okay, hier war nichts Gut Dann auf zum Dach Auf, auf und davon Ding 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 Jetzt aktiviere dich doch mal, du blöder Scheißteil. Das Schloss lässt sich nicht klacken. Okay, irgendwo hier ist der Schlüssel. Warum muss ich hin, um den Schlüssel zu finden? Das ist jetzt die Frage. Komm schon, Filky, du bist doch so ein sicker Motherfucker. Du findest doch bestimmt den Schlüssel im Nullkommanichts. Leute, da war ich ja schon. Das sind Teddybären. Du wirst schon wissen, warum du Platz für das ganze Zeug vergeudest. Schade, aber auch hier. Kein Schlüssel. Vielleicht in dem Büro, vielleicht habe ich in dem Büro übersehen irgendwo. Gut. Du kommst bei mir. Ich habe viele Ar paying. Ich habe viele Arme Brüder und Sch 99% in Wollung. Ich bin es und ich habe zu meinen Gän, jetzt habe ich mir auf. Ich habe hier eine Danke für die Hörgerin. Ich habe meine Hörgerin und ich habe auch Anruf zu dir gesucht, ich möchte mich im Nahen. Ich habe viel Spaß gemacht, Und das hier ist,